Jetzt habe ich keine Chance gegen ihn, oder? Aber ist mal gut, was anderes zu sehen hier. Ich hätte da Pfeile gehabt, Moment. Nehmen wir mal zurück. Wow, noch mal zurück hier. Schauen wir mal, was wir mit dem Viech noch anstellen könnten. Wo ist das? Ist eh gleich totes Viech. Die anderen schießen ja auch drauf. Was soll denn der überhaupt hier? Okay, jetzt sind... Was für Missionen sind ready gerade? Was steht hier? Neu. Ach so, wie das Sklaven befreien, okay. Machen wir auch gleich. Und hier ist noch eine Hauptmission. Ach so, das war mal einmal gesagt. Ah, fresh. Ja, man kann da so drauf springen. Ich kann ja auch so andere Tiere bändigen. Vielleicht kann ich auch irgendwann auf dem Tier reiten dann. Nimm mal. Rette die Sklaven. Susanns Licht. Was? Drei Grogfässer vergiften. Ha. Sklaven retten und dann die Grobfässer vergiffen. Hat das Klima gehört nie, oder? Es war schon Silent gekillt. Wie 3, 1. Oh, der hat mich gesehen, oder? Aber, glaube ich, nicht wirklich, da war keiner. Oh, jetzt habe ich mehrere gesehen. Und, was alle hier für mich? Sind die alle für mich raus? Einer weniger. Zwei weniger. Drei weniger. Wollen wir noch ein paar hier? Wollen wir noch zählen, oder was? Mehr Orks, mehr Orks und zu wenige. Da kommen wir noch welche hier. Reinforcements, auf geht's. Oh, Combo-Breaker, krass da und da, schwimmst ja. Pferde-Tüten, wenn sie... Pferde-Tüten, dann schoolen, wenn sie... Kann ich für dann lesen. Komm schon. Einmal. Noch mal. Kannst du ortsen für mich, das kann ich dir gar nicht glauben, hier. Das ist ja, ist ja unbelievable. Komm immer mehr, jaii. Haus-Party, Haus-Party, hier mit den Orks. Wohl. Das ist echt nice von denen, dass mir so viele geschickt werden, ne. So. So. Okay. Na gut. Das war jetzt nur... Kleiner Break. Was mit dem? Kopfnuss, oder was? Motherflower. Ich verarsche, oder was? So. Gut. Kannst du mich hören? Wir brauchen Hilfe. Ja. Können kann ich, wenn nicht noch so ein komisches Dings da hier. Erstmal vergiften hier. Hier los schneiden, okay. Passt. Zusätzliches Ziel geschafft. Meine Sklaven, ich war eine Pass. Hilf mir. Danke. Alle wieder gespawnt. Ja. Also erstmal schneiden wir los. Alter. Das ist verarschend. Das ist mir hier an der Grube echt verarschend. Das ist ein blödes Schwerter. Ja, das hast du davon. Ich wollte da nix... Ich wollte hier nur... Das werden Gefangene befreien hier. So was macht man doch nicht. Gefangene nehmen. Ist doch vorbei sowas. Und geschafft. Passt. Danke, dass du uns gerettet hast. Der Grock war es nicht einmal wert. Es schmeckt wie nasses Zwergenhaar. Es schmeckt wie nasses Zwergenhaar. Jo, Basti habe ich da. Habe ich da. Damit ich die Möglichkeit habe, so viel wie möglich zu zeigen. Äh... One, vier, drei und drei, sechzig. Was war was? Damit ich halt alles abdecken kann. So viel wie möglich als Dreamer dachte ich mir. Hör auf dich zu bewegen. Aber es ist echt krass. Und mit diesem Skill, dass ich... Dass ich jetzt mehr oder nicht zeitgleich töten darf. Das ist echt OP jetzt. Aber habe ich auch hart gearbeitet, das zu kriegen. Ich habe auch so mit 40 Orts aufgenommen. Ohne den Scheiß hier. Mit 40. Keine Ahnung. Mit zwei Tim, oder? Das war nie mehr als zwei. Das ist ja alles hier Vorspeise noch hier. Ja, Destiny, genau. Klar, Destiny-Zeug auf der PS4. Haben wir auch einen Clan. Versuchen auch immer diese weekly zu machen, daily zu machen. Aber momentan... Äh... Sind wir nicht dazu gekommen. Vorgestern habe ich Destiny gespielt, bin dann bei Dant rausgeflogen, da die Server angegriffen wurden. Also ich bin jetzt erst Level 21. Also Licht Level reicht schon. Aber spiel mal regelmäßig im Stream und auch zusammen. Ist auch eines unserer Stammspiele, wenn nicht das Playstation Network angegriffen wird, sag ich mal. Aber ist schon etwas OP hier, das Ganze. Aber ich habe besser Ausflug mit dem Skill. Ich weiß noch, gestern am Anfang des Streams hatte ich voll Schiss, als zwei Orks gekommen sind hier. Jetzt bin ich froh, wenn mehr kommen hier. Es ist mehr... Faktion, Gaudi! Wow, bist du schon... Krass, so hoch bist du schon. Ach fuck, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Egal. Passt schon. Für deinen Tod befördern sie mich. Und ich werde annehmen. Das sind keine Orks, das sind Uroks. Da habe ich nicht aufgepasst hier. Genau, ich lege sie nur sanft schlafen. Ja, du weißt ja, Ria, ich lege die Orks nur flach. Mehr mache ich ja nicht mit denen. Jetzt werden alle zum Hauptling befördert, oder? Ach nee. Weil ich jetzt einmal gestorben bin, Leute. Es steigen jetzt alle auf, die mit mir zu tun hatten im Kampf. Alle. So wie man stirbt, steigen die auf hier. Naja, wir müssen uns nicht alles anschauen. Also wird jeder befördert, das ist ja zu viel jetzt hier. Hier, wenn man mir zu tun hatte, im Laufe des Kampfes. Ist jetzt stärker. Am Torstab kamen Dutzende Uroks, die ich tötete. Und doch ist mein Schmerz gleich geblieben. Vergeltung lindert nicht den Schmerz. Sie erhält den Schmerz für die Ewigkeit. Wenn du Bock hast. Dann siehst du aber nicht daten. Was? In the Helpline's Gags, du alter Feder. Fieder. Fieder. Wie meinst du? Grüß dich. Ich bekomme davon immer Atem und Auer. Also gehen wir nochmal hin. So, einmal in zwei Stunden sterben geht schon. Der Hauptmann sagt, der Grabwandler sei in der Nähe. Fieder ist die... Sie sind durch die Stärke geworden. Achso. Achso nennt man das. Fieder. Bin durch die Stärke werden, okay. Öh. Dann habe ich es gut gemacht, oder? Ich muss dann wieder ein paar Häupte geben siegen. Dann bin ich ja so einer. So ein komischer Chaos. Passt gut auf, Rekruten. So geht man mit einem Karago um. Muss man... Jo, wenn ich... Passt ja. Siehst du ja, wenn ich on bin... Ich spiele ja nicht mehr auf Stream. Ich spiele nur noch auf Stream. Egal was ich spiele. Ich habe auch keine Zeit mehr auf Stream. Für... Spiele. Fieder ist eigentlich Füttern. Ach, von Feed kommt es. Achso, klar. Logisch. In den Games sagt man Fieder. Achso, ja, okay. Jetzt habe ich es. Inseline LPs. Alles klar. Aber... weiß ich Bescheid, Messi. Wenn ohnehin alle zusehen, nehme ich es gern mit euch beiden gemeinsam auf. Dein Ende. Ich habe es nie geschafft, dass es Fieke überlebt und ich den töte hier. Jetzt aber, komm. Noch einmal Finishing. Jawohl, das erste Mal, dass es Fieke überlebt hat. Passt. Jetzt habe ich immer das Vieh auszusehen gekillt. Oder... Ja, was heißt auszusehen? Früher oder später werden wir dich töten. Wieso sollten wir es hinaus zögern? Wie meinst du hier töten oder was? Einfach so? Oh oh. Oh oh. Mein Freund, das Vieh, ich habe dich gerettet. Weißt du schon, oder? Eigentlich. Aber macht nichts. Passt schon. Das hilft mir ja dann doch. Lass das Vieh in Ruhr, Alter. Das ist mein Freund hier. Also noch nicht, aber bald. Und das Vieh rumcampen ist auch lustig. Pass. Oh, ausweichen. Ausweichen. Ja, ja, ist ja gut, ist gut, ist gut, ist gut, ist gut, ist gut. Ich lasse das Vieh auf die Arbeit machen. Wunderbar, merci Vieh. Ich möchte dich aber nicht töten. Also... Müssen wir was anderes lösen. Mein kleiner. Sprich, ich muss dich zähmen. Tut mir leid. Dann wirst du mein Freund werden. Und dann ist alles gut. So mein, mein Bro. Da sind wir. Erstmal sammeln wir das Ding hier auf. Und dann können wir weiter reiten hier. So, auf geht's. Höher. Na. Moment, wir müssen uns mal da hinten. Stopp. Spielen wir mal runter. Da. Es ist geil, was man in einem Spiel machen kann hier so. Auf dem Viech da rum. Rumgammeln. Voll geil, macht Spaß.